Die Bundesliga-Saison 23-24 steht vor der Tür und anlässlich dessen gibt es natürlich auch wieder meine Prediction, welches Team am Ende auf welchem Platz landen wird. Dazu fangen wir wie gewohnt an von hinten nach vorne und auf Platz 18 habe ich direkt mal einen Aufsteiger mit dem SV Darmstadt. Zum einen ist man letzte Saison zum Ende hin ein wenig eingebrochen und wurde trotz sicher geglaubter Meisterschaft letztendlich nur Zweiter. Zum anderen hat sich, wie ich finde, der Kader im Vergleich zur letzten Saison tatsächlich auch verschlechtert. Tietz und Pfeiffer sind nämlich weg und die Neuzugänge haben mit Klara, Hornbüh, Müller, Nürnberger und Maklika nur bedingt Erstliganiveau. Trotz dem mutigen Spielstil von Lieberknecht, den ich als Trainer schätze, wird es einfach nicht auf Dauer in der ersten Liga erreichen mit den zur Verfügung stehenden Spielern. Als zweiten direkten Absteiger habe ich dann auf Platz 17 den VfL Bochum. Es tut mir leid, liebe Bochumer, die letzten zwei Jahre habe ich euch gebaggt und den Klassenerhalt getippt, obwohl er jeweils als Absteiger Nummer 1 oder 2 von der breiten Masse angesehen wurde. Dieses Mal mache ich es tatsächlich genau umgekehrt. Transfertechnisch hat man niemand wirklich wichtigen abgegeben und mit den Transfers eigentlich auch gut nachgelegt. Mit Wittek, Berro, Daschner, Bernardo und Paslak. Dennoch sehe ich damit eher den Status Quo abgesichert wie eine krasse Verbesserung, was grundsätzlich eigentlich gut wäre in Anbetracht der Aufsteiger. Trotz dessen habe ich einfach kein gutes Gefühl beim VfL. Auch mit der Systemumstellung muss man jetzt mal schauen mit der Fünferkette und ja, ich habe sie auch 17. Mal schauen, was dann wirklich passiert. Platz 16 bedeutet Relegation und da kommt bei mir tatsächlich schon Werder Bremen. Das kommt jetzt vielleicht sehr überraschend, aber unabhängig vom Pokal aus sehe ich da echt Potenzial, dass sie tief unten reinrutschen und sich dann über die Relegation retten. Zum einen ist es das besagte zweite Jahr in der Liga. Generell habe ich das Gefühl, dass man bei den Verantwortlichen irgendwie in Richtung Europa schielt, während die Fans die Lage durchaus realistischer einschätzen. Exemplarisch dafür ist der Transfer von Nabi Keita, den ich grundsätzlich feiere aus neutraler Sicht. Aber ein Top-Gehalt für so einen verletzungsanfälligen Spieler zu zahlen, ist halt einfach zu riskant für ein Team, das sich erstmal wieder in der Liga etablieren muss. Der Linentransfer ist wichtig und auch, dass man Dux und Füllkrug halten konnte, lässt den Kader und die Arbeit der Verantwortlichen grundsätzlich in einem guten Licht dastehen. Da hingegen ist man aber in der Rückrundentabelle letzte Saison schon vorletzter punktgleich mit Hertha gewesen und hat generell mit Problemen in der Defensive zu kämpfen, wobei auch Trainer Ole Werner immer mehr in der Kritik steht. Gehen wir einen Platz weiter und da habe ich tatsächlich den FC Augsburg. Platz 15 ist glaube ich ehrlich deren Lieblingsplatzierung. Die halten immer die Klasse, aber immer irgendwie so knapp wie möglich und auch ohne Relegation und daher tippe ich es einfach wieder. Vom Kader her sind sie diese Saison sogar deutlich besser, haben sich immer mehr etabliert und konnten Neuzugänge wie Breithaupt, Okugawa, Tietz, Michel, Pfeiffer und Damen zu sich lotsen. Qualitativ sollten sie eher wenig mit dem Abstieg zu tun haben, aber die angekündigte spielerische Weiterentwicklung unter Trainer Maaßen bleibt weiterhin aus, trotz immer mal wieder teilweise überzeugenden Spielen. Exemplarisch dafür ist wie ich finde die Entscheidung, Engels als Rechtsverteidiger zu spielen, was man an sich durchaus machen kann, aber dann musst du ihn auch dementsprechend einsetzen mit seiner Spielstärke und nicht weiter defensiv und mit langen Bällen spielen. Daher wird es denke ich erneut schwer für sie, aber sie werden denke ich mal wieder die Klasse halten. Auf Platz 14 einige werden sie wahrscheinlich schon vermisst haben, denn im Gegensatz zu vielen anderen sehe ich Heidenheim überhaupt nicht als sicheren Absteiger. Gerade im Vergleich zu Darmstadt hat man grundsätzlich ein viel besseres Grundgerüst. Mit Streich und Fischer haben wir vor allem letzte, aber auch die Saisons davor gesehen, wie wichtig eine gewisse Kontinuität auf dem Trainerstuhl ist. Und die gibt es in Heidenheim hoch 10 mit ebenfalls lange im Verein weilenden Eckpfeilern der Mannschaft. Neben diesem Grundgerüst konnte man auch alle Leistungsträger halten, vor allem Beste und Kleindienst sind hier natürlich hervorzuheben. Zudem wurde der Kader gut ergänzt mit Pieringer, Dingchi, Gimba, Dovedan und Traore. Sie werden natürlich im Abstiegskampf stecken, aber sich meiner Ansicht nach drin halten können. Auf Platz 13 kommt auch denke ich mal so ein bisschen überraschend die TSG Hoffenheim, auch wenn es da dann eben in die andere Richtung überraschend kommt. Denn die Transfers waren sehr stark mit Soloi, Wechorst, Krilic und auch Bülter und Justwan sind kluge Verstärkungen. Dennoch schmerzt zum einen der Abgang von Baumgartner, der wie ich finde deren bester und wichtigster Spieler der Vorsaison war. Und auch ansonsten hat der Kader definitiv seine Schwachstellen mit einem Brooks, Vogt oder der linken Schiene, die von Spielern besetzt wird, die eigentlich andere Positionen spielen bzw. gelernt haben. Das größte Problem sitzt aber meiner Ansicht nach auf der Bank, denn Matarazzo hat sie nur durch deren individuelle Qualität drin gehalten, ohne einen herausragenden Punkteschnitt vorzuweisen und ich glaube im Verein selbst ist man auch nicht mal 100%ig von ihm überzeugt. Der Saisonausgang wird also maßgeblich von seinem Nachfolger entschieden, da lege ich mich jetzt schon mal fest, dass er entlassen wird. Laut mir wird es dann eben Platz 13. Ich hätte sie auch gerne irgendwie auf den Relegationsplatz getippt, aber dafür waren dann die Transfers einfach zu stark. Auf Platz 12 kommt dann tatsächlich das dritte Team aus Baden-Württemberg in Folge und zwar ist es der VfB Stuttgart, denn Hoeneß hat sowohl spielerisch als auch punktetechnisch direkt für Verbesserungen gesorgt und wird daran auch anknüpfen können in der neuen Saison mit einem Kader, bei dem Stand jetzt sowohl Sosa als auch Mafropanus noch da sind und mit einigen sehr klugen Transfers in Qualität und Breite aufgewertet wurde und vor allem auch flexibler gemacht wurde. Xiong, Leveling, Undaf und Nübel sind unter anderem echt starke Neuzugänge. Sie sollten also nichts mit dem Abstieg zu tun haben, auch wenn noch nicht alles perfekt ist, aber dank Hoeneß sehe ich sie auf einem guten Weg, um da dann auch einen Platz im Mittelfeld zu holen und ich glaube mal ohne Abstiegskampf wäre man in Stuttgart definitiv schon zufrieden. Auf Platz 11 kommt bei mir der 1. FC Köln. Den FC sehe ich nämlich komplett im gesicherten Mittelfeld und kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, wie sie manche im Abstiegskampf verorten. Klar haben sie viel Qualität verloren mit Schkiri und Hector und auch einen Führungsspieler mit Horn. Zeitgleich sehe ich die Neuzugänge allesamt sehr preiswert und dennoch auch gut mit Waldschmidt, Christensen, Carstensen, Pentke und Pacarada. Grundsätzlich traue ich ihnen in einer Saison mit Baumgart und ohne Dreifachbelastung sogar einen einstelligen Tabellenplatz zu, aber die Teams aus der Top 10 sind einfach stärker einzuordnen, wie ich finde und zu denen kommen wir jetzt auch. Und genau auf Platz 10 kommt bei mir die Eintracht aus Frankfurt. Man hat die Abgänge von Sou, Kamada und Endika zu verkraften nach der schwachen Rückrunde, wonach man sich ja von Glasner getrennt hat. Transfertechnisch hat man abgesehen vom Finanziellen einen überragenden Job geleistet mit den Neuzugängen Schkiri, Larson, Koch, Pacho, Mamouche und Ngankam. Dieser Kader muss eigentlich zwangsläufig in der Top 6 landen, gerade wenn Kolumuani bleibt. Dennoch habe ich persönlich starke Bedenken bei der Trainerbesetzung mit Dino Topmüller. Ich glaube, er wird definitiv Zeit brauchen, um seine Ideen umzusetzen und das kann auch funktionieren, aber wie gesagt nicht sofort, weshalb ich die Eintracht nicht ganz so weit vorne sehe, aber vielleicht kann man ja dann in der Conference League was reißen und sich so für die Europa League qualifizieren. Auf Platz 9 kommt bei mir dann schon der VfL Wolfsburg. Da geht es in die zweite Kovac-Saison, wofür der Kader auch weiter und gut an ihn angepasst wurde, mit einigen Top-Neuzugängen wie Mähle, Czerny, Ceziger, Jens, Rogerio und Thiago Tomas. Ich sehe den Kader trotzdem nicht optimal, weiß nicht, ob die Außenverteidigerprofile die richtigen für das System sind und an der Stelle wollte ich eigentlich auch sagen, dass das Mittelfeld nicht allzu gut besetzt ist nach dem Abgang von Felix Metscher, aber genau jetzt hat man einfach Lovro Maier verpflichtet, der auf jeden Fall ein Top-Neuzugang ist. Dennoch kommt mir bei Wolfsburg auch der Abgang von Van de Veen zu kurz, der schon einer der wichtigsten Spieler war und fast jede Sekunde gespielt hat letzte Saison. Europa ist definitiv drin, aber zwischen Platz 9 und 6, vielleicht auch noch Platz 10 und 6 mit Frankfurt, sehe ich die Teams einfach verdammt eng beieinander. Und in diesem Bereich geht es auch weiter mit Borussia Mönchengladbach auf Platz 8. Zunächst sah es ja sehr dunkel für sie aus, Benzebaini, Thüram und Hofmann weg, somit der Großteil der Tore der Vorsaison neben Stindl, dessen Führungsspielerqualitäten nun in Karlsruhe zur Geltung kommen. Da dachte man zunächst einmal schon, okay, jetzt wird es hart und man hat eher in Richtung Abstiegskampf geschielt bezüglich einer Prognose, aber Roland Wirkus hat zum einen einen kompetenten Trainer mit Ceoane eingestellt und zum anderen überragende Arbeit auf dem Transfermarkt geleistet, gemessen an den Möglichkeiten mit Neuzugängen wie Czwanchara, Onora oder Wöber. Taktisch flexibel wird man vor allem fußballerisch viel Spaß machen und sich ebenfalls im Dunstkreis um Europa vorfinden. Auf Platz 7 kommt bei mir tatsächlich der FSV Mainz 05. Unter Svensson wurden sie Achter, letztes Jahr Neunter. Dieses Jahr würde es für Europa reichen, laut meiner Prediction, da man den Kader weiter perfekt an den Svensson-Fußball angepasst hat mit Graus und Vandenberg, außer Aaron Martin keinen Stammspieler verloren hat und in die erste volle Saison mit Aschorik vorne drin als Zielspieler geht. Darauf bin ich jedenfalls sehr gespannt und traue den Mainzern die Überraschung zu, sich gegen die finanzstarken und besseren Kader von den Frankfurts, Wolfsburgs oder Gladbachs durchzusetzen, da sie auch einen eingespielten Kern haben, der direkt zum Anfang punkten wird. Auf Platz 6 kommt bei mir dann der Sportclub aus Freiburg. Die sehen einige dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt in der Top 6, da man vor allem in der Kaderbreite einige Spieler abgegeben hat und da größtenteils auf den eigenen Nachwuchs oder die Spieler aus der zweiten Mannschaft bauen wird. Das wird vor allem bei einigen Verletzungen problematisch, aber wenn der Großteil der Mannschaft fit bleibt, also von der ersten Mannschaft, dann hat man da einfach eine gut eingespielte Einheit mit viel Qualität, die das Zeug zur Top 6 hat. Denn wenn man mal schaut, so waren die sechs besten Teams der Liga, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge, in den beiden Vorjahren genau dieselben und wären es auch ein drittes Mal in Folge, laut meiner Prognose. Wenngleich ich hier natürlich auch ein bisschen befangen bin als Freiburg-Fan, wobei ich sie sonst meist tiefer getippt habe und sie jetzt eventuell überschätze bzw. auch so ein bisschen mein Wunschdenken mit eingeflossen ist. Aber mal schauen, was am Ende daraus wird. Auf Platz 5, boah, das ist jetzt schon echt hart, aber da habe ich tatsächlich RB Leipzig. Zunächst einmal, ich sehe die Top 5 bzw. die vier Plätze hinter Platz 1 so verdammt eng und Leipzig auf 5 hört sich jetzt erstmal hart an, vor allem nach dem Supercup-Erfolg, aber sie werden trotz dessen, wie sie die Abgänge von Guardiol, Soboschlei, Leimer und den Kunku ersetzt haben, zunächst einmal struggeln. Lukeba, Simmons, Seywald, Seschko, Openda, Baumgartner, Biciabu und Cavaglio sind allesamt überragende Verpflichtungen, vor allem für die Zukunft, aber im Hier und Jetzt können sie die verlorengegangene Qualität nicht im Ansatz ersetzen, auch wenn sie mit Rose den perfekten Trainer letzte Saison für sich gewonnen haben. Auf Platz 4 sehe ich Bayer 04, Leverkusen. Nach der Aufholjagd letzte Saison unter Xabi Alonso mussten sie trotz dessen, dass sie jetzt nur Europa League spielen, auch nur einen Stammspieler abgeben mit Moussa Diaby. Ansonsten hast du den Kader für den taktisch wohl besten Trainer der Liga perfekt zusammengestellt, mit Neuzugängen wie Xhaka, Hofmann, Boniface und vor allem Grimaldo. Die einzige Schwachstelle ist Torhüter Radetzki. Mal schauen, inwiefern da der neue Torwart Kovar spielen wird, beziehungsweise ob er jetzt schon besser ist. Aber ich glaube, da wird erstmal Radetzki die Nummer 1 bleiben. Aber in der Zukunft sollte man da schon schauen, dass man sich da upgradet. Ob es jetzt Kovar ist oder ein anderer, aber da ist man auf jeden Fall nicht ganz so gut aufgestellt im Vergleich zum Rest der Mannschaft. Auf Rang 3 kommt bei mir dann tatsächlich Union Berlin. Ich habe ernsthaft überlegt, sie auf Platz 2 oder sogar 1 zu tippen, aufgrund der stetigen Entwicklung seit ihrem Aufstieg von Platz 11 zu 7 zu 5 zu 4. Dennoch wäre man glaube ich auch mit einem Platz 3 erneut sehr zufrieden in Köpenick. Klar, sie spielen jetzt Champions League, aber die Dreifachbelastung kennen sie aus den zwei Vorjahren und der Kader ist nun tatsächlich sogar auf einem sehr hohen Niveau und sie kommen nicht mehr nur über ihr kompaktes Defensivsystem, sondern haben auch die individuelle Qualität in ihrem Kader. Wie immer gab es einige Abgänge, aber auch Neuzugänge, bei denen man vor allem Gosens und Aronsen hervorheben muss, die auch beim Bespielen tiefstehender Gegner eine große Hilfe sein können. Auf Platz 2 kommt bei mir der ewige Vizemeister Borussia Dortmund. Rein nominell hat man nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Vorsaison mit Bellingham und Guerrero natürlich massig an individueller Qualität verloren. Dazu geholt hat man im Gegenzug ein Matcher, Sabitzer und Benzebaini. Auch wenn diese Neuzugänge sehr kritisch betrachtet wurden, sind das meiner Ansicht nach allesamt gute Transfers und passen gut rein. Vor allem aber wird man von Allaire profitieren, der wie ich finde der Hauptgrund für die starke Rückrunde letzte Saison war, nicht mal unbedingt wegen seinen Scorern, aber vor allem dadurch, wie er Gegner bindet und so Räume für seine Mitspieler kreiert, sei es Brand zwischen den Ketten oder Mahlen und Adeyemi in der Tiefe. Somit können sie mit dem taktisch nicht perfekten, aber emotionalen Edin Terzic erneut um die Meisterschaft mitspielen. Und auf der 1 natürlich Überraschung der FC Bayern München. Es sieht jetzt vielleicht nicht gut aus nach dem Supercup und dass sie mit Kane nur eine der drei Baustellen bisher gelöst haben, diese dafür aber perfekt. Mit Leimer hat man so halb einen Sechser und im Tor weiß man noch nicht, was passiert, aber die Gerüchte hören sich nicht allzu gut an. Dennoch, egal was noch transfertechnisch passiert und wer am Ende der Saison Trainer ist, der Kader muss und wird erneut Meister werden, auch wenn ich mir natürlich mal jemand anderen wünschen würde, aber so ist halt einfach die Realität. Hoffentlich liege ich mit dem Tipp daneben, aber da habe ich überhaupt keine Hoffnung. Dennoch war es das soweit von meiner Bundesliga-Prognose. Welches Team am Ende auf welchem Rang landen wird. Nun würde mich vor allem eure Prediction interessieren. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen, aber schreibt auch gerne mal eure Meinung zu dem, was ich heute so von mir gegeben habe, unten in die Kommentare. Das war soweit von dem Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. ... ... ... Vielen Dank.